Ich bin Anita Farke und spreche die Exoter Blog News. In Deutschland erreichten sie beispielsweise einen Stimmenantrag. Das ist ein Teil von 23 Prozent, was eine erhebliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Wahlen darstellt. Auch in Frankreich konnten die Grünen mit 22 Prozent der Stimmen große Erfolge feiern. Dies zeigt, dass der Klimawandel und der Umweltschutz zunehmend wichtige Themen für die europäischen WählerInnen sind. The big loser of the election was the Conservative European People's Party, EPP, which is still the largest group in the European Parliament, but had to face significant losses. In Germany, their share of the vote dropped from 30 percent to 23 percent. In Spain, from 33 percent to 27 percent. These losses are partly due to the increasing fragmentation of the political landscape and the rise of new political forces. Rise of Populist Parties Populist and Eurosceptic Parties were able to gain ground again in this election. In particular, the Lega Nord in Italy and the Rassemblement National in France were able to strengthen their positions. Die Lega Nord erhielt 27 Prozent der Stimmen in Italien, während der Rassemblement National 25 Prozent der Stimmen in Frankreich erreichte. Dieser Anstieg zeigt, dass immer noch eine beträchtliche Anzahl von BürgerInnen der EU kritisch gegenübersteht und Veränderungen wünscht. Stabilität in einigen Ländern, in einigen Mitgliedsstaaten gab es hingegen wenig überraschende Veränderungen. In Schweden und den Niederlanden konnten die regierenden Parteien ihre Positionen weitgehend halten. Die schwedischen Sozialdemokraten erreichten 29 Prozent der Stimmen, was eine leichte Verbesserung gegenüber den letzten Wahlen darstellt, während die niederländische Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD, ihren Stimmenanteil von 21 Prozent beibehalten konnte. Innovation und Digitalisierung stehen im Mittelpunkt. Ein weiteres zentrales Thema ist die Digitalisierung und Innovation. Viele der neu gewählten Abgeordneten setzen sich dafür ein, dass die EU eine Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Transformation übernimmt. Dies beinhaltet Investitionen in neue Technologien, den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Förderung von Start-ups und innovativen Unternehmen. Soziale Gerechtigkeit und Integration bleiben ebenfalls wichtige Themen für die zukünftige europäische Politik. Viele Wählerinnen erwarten von der EU Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialen Ungleichheit und zur Förderung der Integration. Die neuen Abgeordneten stehen vor der Herausforderung, diese Erwartungen in ihren politischen Programmen zu berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die Europawahl 2024 hat deutlich gemacht, dass die politische Landschaft in Europa vielfältiger und fragmentierter geworden ist. Die Bürgerinnen und Bürger fordern verstärkte Maßnahmen im Umweltschutz, der Digitalisierung und sozialen Gerechtigkeit. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung bestehen, die verschiedenen Interessen und Meinungen in der EU zu integrieren und eine stabile und effektive politische Führung sicherzustellen. Autor Anita Farke, Dienstag, 11. Juni, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. таких wenigstens und soziale Branけ, Tipps Zuhören, und 30. Juni, 24.